Mit Vision Pro ferngesteuert alle Schülercomputer anmelden. Wie oft haben Sie den Unterricht begonnen, indem Sie zu jedem Computer gegangen sind und das Passwort eingegeben haben? Oder wie oft ist es passiert, dass die Schüler das Passwort immer wieder falsch eingegeben haben und dadurch wertvolle Unterrichtszeit verloren ging? Stellen Sie sich vor, Sie könnten auf bequeme Art alle Schüler mit einem Passwort von Ihrem Computer aus anmelden. Mit Vision Pro ist dies möglich. Mit der Anmeldefunktion in Vision Pro können Sie einen einzigen Benutzernamen und ein einzelnes Passwort verwenden, um alle Schülercomputer gleichzeitig anzumelden. Sie können auch einzelne Computer oder Gruppen für die Anmeldung auswählen. Die Anmeldefunktion befindet sich in der Gruppe Studenten-Administrator-Registerkarte. Klicken Sie zum Anmelden von Computern einfach auf das Symbol, dann werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Passworts aufgefordert, um alle Computer anzumelden. Um einzelne Computer oder eine Gruppe anzumelden, markieren Sie die entsprechenden Computer und wiederholen Sie die Schritte. Die Anmeldung in Vision Pro spart wertvolle Unterrichtszeit. Alle werden im Handumdrehen angemeldet und das von der Lehrer Workstation aus.